... Erste, wo ich drücke. Wenn die Ziele und der Frau erwarten wir jetzt zu Ende, in der Zeit ist, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 1. 5, 6, und go! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Das muss für die wenige Mann immer noch bewegen können. Das bedeutet, dass die Verhalten durch drei Hals links, rechts, links, zettel. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe einen Eindruck, ich habe einen Eindruck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, vorne machen wir. One, two, three, and four. Nine, seven, eight. Am Ende machen wir den Ausgang. Den wechseln wir noch. Five, six, seven, eight. One, two, three, and four. Five, six, seven, eight. One, two, three, and four. Five, six, seven, eight. One, two, three, and four. Okay, wenn ich kenne, one, two. Was mache ich? Ich mache vier Schritte. Ich mache vier Schritte, telepana. Cherech Lorenzen. Okay? Five, six, entsож nogen. One, two, three, and four. Five, six, entsож nogen. One, two, three, and four. Five, six, entsож nogen. One, two, three, and four. Five, six, entsch mond's. Die, 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 die ihn vor. Okay, jetzt geht's mehr da gut. Six, entsож nogen. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hello guys. First of all we want to say thank you to Katie and to the whole team for inviting us to the festival. We are... Zetlada. And Alex, we are teachers here in Dusseldorf. We teach Bachata Senswahl, that's our dance. Und erst einmal möchte ich sagen, vielen Dank, für die Chance zu teachen ein Workshop heute und eine Show zu geben. Es war wirklich, wirklich toll. Wir lieben die Atmosphäre, wir lieben die Leute, es war schön. Jeder hat so eine positive Energie, so ein guter Spirit und wir sind sehr, sehr satisfeiert. Wir hoffen, dass die Leute es auch gefühlt haben. Wir geben hier in Dusseldorf für eine lange Zeit, fünf Jahre schon. Und wir sind jetzt in Richtung Bachata Sensual. Wir versuchen, die Bachata Sensual so populär wie es in Dusseldorf und auch in Deutschland. Wir wollen Dusseldorf, die Stadt der Bachata Sensual in Deutschland. Wenn jemand über die Bachata-Bachata denkt, müssen sie über Dusseldorf denken. Und das ist unser Ziel. Wir sind sehr dankbar, dass wir mit Katie kennenzulernen.